So meine lieben Leute, da sind wir auch mal wieder, endlich nach einer langen Zeit des Monitorausfalls, das erste Video, yay! Und ich bin nicht allein, ich habe mir heute wieder einen Gegner rausgesucht, mit dem es hoffentlich spannend wird. Beim letzten Mal war es definitiv immer sehr spannend, beide Matches. Stell dich doch mal vor. Nein, ich bin der Nagakuga. Ja, du bist auch Let's Player, nicht wahr? Ja, du bist ja noch. Ich werde dich dann einfach unter dem Video verlinken, dann können die Leute mal bei dir reinschauen. Und ich will mir schon mal meinen Charakter aus, jetzt musst du nur noch einen wählen. Ja, Schleichwerbung. Schleichwerbung FTV. Nein, warum, wenn jemand einen YouTube-Kanal hat, dann kann ich immer sagen, hier Leute, ich verlinke euch, weil ist ja klar. Mach ich ja bei Brugger auch nicht anders. Oder bei Dave. Ja, aber Dave, der FL-Dave. Der Jute Dave, ey, mit dem muss ich immer wieder zocken. Werd ich ihm erzählen, dann können wir morgen vielleicht wieder ein bisschen was aufnehmen. Uh, Seven Deaths zu Toten. Ja, die Animation ist sogar viel weicher als früher. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Ich spiele jetzt zum ersten Mal mit dem neuen Monitor, Leute, und ich muss sagen, das ist krass. Also diese Farben, die habe ich vorher noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, dass die Farben überhaupt existieren. Das ist so krass, dieser Unterschied. Erstmal hier kaputt machen alles. Ja, Daniel hatte vorher Schwarz-Weiß-Bilder. Ja, hier hatte ein Schwarz-Weiß-Monitor. Erstmal kaputt machen, wie ihr mich kennt. Äh, ja gut, ich kann jetzt eigentlich nicht viel machen. Weiter. Ich bin hier sehr wüterig. Berliner machen alles kaputt. So, doch den Grund in das Wasser. Ja, das bin ich ja wohl bei Lino. So. Ein bisschen Vogelärgern. Macht am meisten Spaß. So, jetzt einfach nur mal, um zu träumen. Ja, bringt nicht viel, aber... Was will man sonst machen, wa? Okay, 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 okay. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Hattenwort. Hattenwort. Mal einfach, bevor es böse wird. Guck mal, Schweinchen. Direkt angreifen. Es ist so ungewohnt, wieder auf einem richtigen Gamer-PC zu spielen. Oh, nee. Du wusstest ganz genau, das ist viel aus, ey. Ich hab ja nicht gewusst, was kommt. Es kam ja irgendwas. Das war ja das Problem, you know. You know what I mean. Ah, ha, 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 ha. Äh, aha, gute Idee. Ach, wirklich doch. Ah fuck, jetzt hätte ich zuerst den legen können. Egal. Hätte ich mir für nächste Runde was auf. Und zwar den hier. Oh, wie sehr das ist, das ist wirklich eine schnelle Runde. Wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du Kartenpech diesmal. Letztes Mal war er, wie gesagt, sehr spannend. Ah, richtig. Wo ich mit einem, ne, oder doch mit einem HP noch überlebt hab. Geh up! Geh up, stand up. Stand up, stand up for your race. Ich weiß nicht. Aber irgendwann kannst du jetzt mein Schwein besiegen. Das ist ja auch nicht, auch nicht verkehrt. Ein Schwein? Mein Schwein, ein gutes Schwein. Das ist der beste Freund ins gibt auf der Welt. Oh, das ist nett. Oh, ne. Aber ich werd mir ein bisschen was aufheben. Je nachdem was jetzt kommt. Nee, 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 nee. Wahrscheinlich spielst du jetzt irgendeine Kackkarte, weil Priester können richtig gemeine Karten legen, wenn sie nicht gerade Kartenpech haben. Aber ich hab grad richtig gemeines Kartenpech, ey. Ja, das kenn ich nämlich auch. Und das ist teilweise bei mir den gesamten Tag, dass ich den ganzen Tag nur Pech habe. Ja, ich hab keinen Mahner. Das ist die Scheiße. Dann werd ich die Sache legen. Oh, ne. Also es wird wahrscheinlich diese Runde doch ein bisschen gemeiner. Aber richtig. Wie gesagt, letztes Mal, da warst du richtig gut. Ja, das... Ist das immer onscreen? Da hat man entweder Pech oder Glück. Bei mir ist das immer Pech, gerade im Livestream. Verliere ich immer gegen Brugger. Doch. Oh, okay. Assi. Oh, fuck. Assi. Das ist richtig assi. Vielleicht hab ich ja noch irgendwas gespielt. Ja, aber ich hätt jetzt nur einige gehabt. Du verdoppel in ihr Leben, Alter. Dann hätt ich 20 Angriff gehabt. Scheiße. Ich muss den irgendwie runterkriegen. Das wird aber schwierig. Das wird echt schwierig. Ach komm, ich hau erst mal zu. Ah, scheiße. Das ist nicht gut. Du bist... Du haben zu sein fies. Oh, genau. Oh, ich bin noch fieser. Huch ihn hoch, ey. Hätt ich jetzt mal die... Was ist das Leben eines Dinos auf eins? Dann... Das wär jetzt gut. Oh, scheiße. War nicht mehr tot. Och, Mann. Ja, bist du hier. Ich bring' ich sogar noch selbst kommen. Hallo. Das ist fies. Ja. Hätt ich jetzt nen Spotter gehabt, ey. Das wär natürlich praktisch gewesen. Der hat sogar... Der hat kein Mana. Oh, ne. Hey, Mann. Das ist fies. Wir machen noch ne Runde. Ich mach mal ne andere Klasse. Und du suchst dir auch was aus. Äh... Mann. Es war aber so ein geiles Kartenglick. Aber irgendwie... Null Mana. Diesmal hatte ich wesentlich mehr Glück als das letzte Mal. Das stimmt. Das ist wirklich auch... Das ist das Schlimme bei den Spielern. Jetzt war es auch Glück. Das ist eigentlich eine AP. Ja, gut. Da hatte ich dann... Krasses Glück wegen dem... Ähm... Auch vom Magier hier dieses... Frost... Ding. Eisbarriere. Eisblock. Keine Ahnung. Was ich halt überleben kann. Du hättest mich töten können in der Runde. Aber ich habe leider überlebt. Und deswegen konnte ich alles gewinnen. Mann. Wie beim Poker, ey. Ich bin zuerst dran. Er ist ja nicht so gut. Okay. Daniel, wenn ich jetzt zweimal verdoppeltes Leben kriege, dann hast du ein Déjà-vu. Oh Gott. Das wird dann echt... E... Evil. Boom. So. Erstmal die beiden wegen. Ich liebe sie. Ich hasse sie. Ich hasse. Ich hasse es auch, wenn ich gegen Magier kämpfe. Vor allem, wenn er nur mehrfach hat. Weißt du? Du kommst da nicht vorbei. Es sei denn, du hast großen AOE wie Weyer oder sowas als Paladin. Ja. Voll gay. Was kannst du eigentlich nicht machen? Gay. Ach. Gay. Los. Jetzt hat er schon drei Karten hier und ich hab nur nischt. Das ist echt gemein, oder? Das ist echt gemein, oder? Ja, aber richtig. Geil. Bleck mich doch mit Fass in dem Schissen. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Das hab ich einfach eh nicht immer gedacht, äh... Das ist dann nicht auch... Ich schreib mich grad der Phoenix an. Ich schreib mal zurück. Ja, mach nur. Ich brauch dich in der Zeit mal kurz fertig, ohne dass du es merkst. Fällt so episch, Alter. Bitte, 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 bitte. Nein! Ach, scheiß drauf. Weg mit dem. Jetzt fehlt nur noch diese Scheiß-Karte mit dem, ähm... Wie heißt sie? Ähm... Nee! Ach, Leute. Also, Leute, nicht mit Luna spielen, wär's gemein. Ja, ich kann ja nichts dafür, dass ich so'n Kartenglick habe. Da wir grad wieder in Sturmwind sind. Oh, nee. Lass dein Scheiß... Lass dein Scheiß-Chem-Chem zu Hause, Alter. Wir sind ja nicht bei Lull. Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Mann! Das ist... Das ist herrlich, Leute. Das kippst du nicht, Junge. Das ist so herrlich, ey. Das ist einfach, wenn du für'n Scheiß-Karten-Lick hab. Aber das kann sich alles noch drehen, das Blatt. Das Wenden. Nee! Lichtbrunnen ist eklig. Ach, richtig! Wollte ja auch sagen. Das hatte ich vor der letzte Runde auch. Aber da hat ja neben dem Zeit... um okay d 8 ist die ab hat er so jetzt richtig ab ab und War auch nicht schlecht Die Karten hab ich mir letztens nicht gemacht Wir haben sogar ne Zauber jetzt alle teurer Okay, dann machen wir mal den und den Ich hab mehr zu teures Zeit, geiler Es ist grad wie gesagt einfach ne Super nachdenke, wie spannend die letzten Matches mit uns beiden waren und jetzt ist es leider so einseitig Es macht mir ja selbst auch keinen Spaß, wenn ich so einseitig gewinne Weißt du, also noch gewinn ich ja nicht Guck mal, das ist noch 25 HP Und vor allem du hast deine Karten auf der Hand, du kannst richtig pimpen Ich bin grad Schlechteste, wo Gaben tut Schlechteste, wo er jemals geben hat tun, sein können Ja Oh ne Und wie viel könnte ich wenden, dass das die Scheißkarte ist die ich mir letztens geholt hab mit den 8 Barriere heutigen Sodass du, wenn er angegriffen wird, dann 8 Barriere kriegst Wenn ich nur zu gut Lieber Luna Weiß ich nicht welche ich gelegt hab Boi Okay, jetzt wird's langsam ein bisschen eklig Das wird jetzt langsam doch ein bisschen gefährlich werden Minion Egal ich Stell dir vor, ich hab noch schnelle Karten auf der Hand Vielleicht mal fapp, 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 fapp machen, ey Oh shit, fucking Huren shit Ey, Mensch, du was kannst doch nicht für deinen Leuten sagen Doch, kann ich wohl Oh shit Welche sind auch fast der jetzt? Das bringt alles nichts Ich hau ihn raus Das bringt alles nichts, ich hau ihn raus Nächste Runde Hier Ja genau Ah gut, seit Gott sei Dank hab ich den Hehehehe Alle kannst healen Kannst nur teilen oder Minion Wollt grad sagen, weißt du Oh jo, ey, das ist voll mieschen Jetzt hab ich keine mehr leben Ich muss mal gucken, ob ich irgendwas hinkriege Erstmal auf jeden Fall Ah, das ist gut Hehehehe Ne, 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 das hat nicht gut zu sein Ich will mal gewinnen Ach, Alter, mich du Nicht blinzeln Schaben tun wollen gewinnen Gehen raus Weiß, warum hat der heute jetzt mal einen Vollstrecker des Tempels raus, ne? Hm? Hm? Nicht auf das Schaf, das will ich nix mehr von einsetzen Hehehehe Das Schaf wird dich töten Das weiß ich grad sagen Das Schaf ist eigentlich Am besten Ach, nein Als könnte er sonst mein Dings töten Und so kann ich wenigstens irgendwie noch ein bisschen damage machen, egal wen du angreifst So, Leute, jetzt wisst ihr das, Luna ist ein schlimmer Tierquäler Oh, genau, ey, ich hatte nur einen Arsch Fück den freundlichsten Helden deiner Mutter zu Naja, mit dem Helden-Fuck, ne? Fuck, fuck, fuck Okay, jetzt könnte es natürlich kritisch werden Ich hätte doch den anderen vielleicht angreifen sollen Aber ich hab ne Idee Jetzt haut nochmal hin und rein Den weg Den weg Und ziehen Und sich angreifen So Jetzt wird nämlich Jetzt kommt es nämlich nur noch drauf an Wer hat jetzt das Glück Die Bestrack-Warte zu ziehen Ich bin Chris, ich darf das Glück jetzt haben, bitte Das wäre dann ein Win für dich, ein Win für mich Dann müssten wir noch ne Runde machen, um nach drei Runden den Sieger Den Sonnenbrunnen, Leute zu finden Okay Den epischen Sieger des Winns zu finden Luna, ich hasse mich Du bist stark Ich mach keine starken Gäcke Ach, bieb dich doch, ohne Witze Bieb dich doch Ja, bieb dich doch Ich bin gut selbstzensiert Ich bin nicht mehr Es bringt mir nur nichts 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 Das bringt dir schon was Ich hab keine Garten, Junge Wenn du nicht noch mal so ne Karte hast, dann hast du Glück Ja, ich hab mich nicht mehr so eine Ich glaube, ich hab sie schon mal anfangs gemacht Okay, jetzt wird es langsam schwierig für dich Du musst irgendwie versuchen meine Karte wegzukriegen Mit deiner Scheißfähigkeit fallen, Dino Mit deiner Scheißfähigkeit fallen, Dino Oh nee Oh nee Oh nee Warte, was hat er denn? Nee, nee, das sag ich dir nicht Das ist zwar eine OP-Karte, aber die kann ich grad nicht spielen Ah, ich hab grad noch gar nicht heiß Ich zoome dich für diesen Planeten Mag dich nicht mehr, ey Oh, der wird sie Es wird langsam wirklich ein bisschen knapp hier für dich Nächste Runde könntest du aussehen Ja, ich kann das nicht mehr gewinnen, Junge Doch komm, leg Krieg dich doch, ey Hör irgendwas raus, komm Ja, ne, es bringt mir halt neben nichts Komm, mach ich mal wie ein richtiger Ermann, fertig Oh, okay Oh, nicht kopieren oder gar noch mal Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nee Und der lacht sich da noch einen ab, ey Jetzt geben wir dir jetzt noch eine Ehrenrunde aus, ey Komm, ich gebe dir noch eine Ehrenrunde aus Geil Oh nee Bitte Bitte Na, ich könnte dich jetzt töten Aber ich will mal wissen, was du bekommst Oh, ey, Mann Das ist aber scheiße Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass ich die andere Karten kriege, aber ich kriege nur so einen Müll Ne Ja, das ist okay Okay Das ist natürlich ziemlich hart, ja Alle guten Dinge sind drei Oh Mann Oh nee Hopla Na, mal gucken Vielleicht siehst du jetzt was Schönes Oh Mann, ey Noch länger kann ich dich nicht zappeln lassen Oh Mann, noch nicht Oh, der ist doch ganz gut Oh Mann, ey Ich gebe ich mit dem 2 Los Den klein hier, den hier 3-3 3-3, ey, auf 0 Ja, ok, gut, das ging leider nicht anders Ich hab dir schon ein paar Chancen gegeben, aber das war trotzdem, nicht schlecht Ich hätte, ich hätte Ich schmies sein können, und dann ja, ich hätte So Jut Hey Ja, was du gemacht? Ich habe es nur angedrückt, ich war nicht richtig Achso, weil Level-Up wahrscheinlich, ne Aber die Zeit ist jetzt auch gleich zu Ende, das lohnt sich jetzt glaube ich gar nicht mehr wirklich Oh, komm schon Luna, wir wollen überziehen Dann überziehen wir halt, okay, ich nehme noch mal meinen Yager Okay, dann nehme ich jetzt mein neues Deck Oh, da bin ich ja mal gespannt Ja, voll scheiße ist das Nur zu hervor, da bin ich Level 6 und habe es ungefähr seit zwei Spielen Level 6 dann erst, ach Gott, du musst erst mal die 10er Karten überhaupt haben, um eine Chance zu haben Das wäre sonst ziemlich gemein Nichts Oh, ein guter Anfang Wird ich töten Level 6, ey wir fehlen einfach nochmal zwei verschiedene Karten-Typen, weißt du, das ist das Problem Deswegen, das ist, äh, unter Level 10 eigentlich relativ sinnlos Okay, ich fang an, ich kann nichts legen, weiter geht's Ich kann nichts legen, Alter, doch, das kann ich Einfach nur, weil ich es kann Och, gut, guck mal, Arcane, Explosion, äh, Geschosse sind nett Ja Ich fies nur so stark Tup, 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 hallo Ach, wie bleib ich da Komm, mach nur Du leckst grad bei mir Schon wieder Arcane geschossen Das ist ja fies Das ist ja fies Ja, ich habe fies zu sein Ach, nee Ach, nee So, nächste Runde wird vielleicht interessant Einsatzbereit 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 Mal schauen, wo draus kommt Oh, jetzt, 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 jetzt übertreibt er Wir müssen den Sonnenboden, Leute Oh Okay Hm Ob das gilt? Okay, gut, bei Zaubern funktioniert es nicht Extrem beschissen Kacke Uhaha Gut reagiert, ja Gegen Magier ist die Karte, wer da weniger an uns los Okay, dann habe ich jetzt eine andere Idee So viel zu Level 6, da könnte ich dich kennen, ne Hehehe Oh, nee Oh, nee Ach, immer noch bieb, ey Geheimnis, das glaub ich Oh Ein Geheimnis Ja So, dann versuchen wir mal was Und zwar nehmen wir den hier Und machen dann daraus den hier Oh Mein Gott, Evolution 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 Harry Hasse ihn Ding, 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 schlingen, okay Weißt du, weil ich, einfach nur weil ich fies bin Ach, genau, ein Schaf, ey Ach, das ist so scheiße Oh, das habe ich jetzt aber weg Damit muss man gegen Magier aber rechnen, das ist immer das Problem Ja Okay, dann habe ich eine andere Idee Oh, nee Jetzt kommt der Feuerfall Nee, fast Nee Okay Fast Fast, was will man mal hertrinken Was Hehehe Wahrscheinlich die, äh, 8 Rüstungskarte, ne Jawoll Ach, 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 ach Peng Ist nicht schlecht, ne Ja, die Karte ist ganz nett zu überbrücken Acht Rüstung sind einfach mal 8 HP, die man mehr hat Hehehe Hehehe Weißt du, ich konnte, ach man, ich habe nicht genug gemacht, sonst hätte ich jetzt Der Schaf auch noch weit gewascht Hehehe Hehehe Leok Aber du hast ein goldenes Schaf, freu dich Leck mich, ich hasse die Eule Kann die so nicht leihen, naja Aber sowas haben wir gar nicht Ich mag die Eule, weil sie ein Wildtier ist Sie stürzt zwar schnell, aber sie kann einfach zaubern, darum geht es mir vor allem größtenteils Ja, größtenteils wie dein Schwanz Wo ist Hehehe 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 Ein Sporter Ein Goplin Leibwächter, ok Den habe ich jetzt zum zweiten Mal gespielt in meinem Leben Aber ich dachte immer, der Wett, der wäre übrigens groß, weiß, da habe ich immer auf der Karte irgendwie so gesehen, weil es immer so klein war, aber der ist ja dann klein, der verrückt sich Geht nicht anders, ob ich jetzt so machen könnte, ach, egal ich werde ein zu diesen scheiß geheimnissen das mit dem scheiß schlangen ich habe ich denn auch ein vogel ich will den mal noch nicht, ich will den mal sofort machen einfach nur weil ich jetzt ein mies bin er zittert von der macht sturmwinds nicht schlecht und das für den level 6 also so er hat einen langen vogel ich jage allein du hast eine schlechte Idee, der hat sechs angriff, der tötet dich du weißt schon, dass ich immun bin wenn ich selber angreife ja ich habe ja nichts mehr zum schönen legen ja ich habe noch ein, zwei Nettigkeiten auf der Hand ich habe noch ein, zwei Nettigkeiten auf der Hand dann, dann, dann dann haben verloren ich tun dann schwierig, ja ja oh je die karte hat eben alter ich habe gerade so einen Leck die karte ist gerade zu deinem blatt geflogen dann wieder zurück und deswegen ist mein Feuerball auf die karte gegangen eigentlich hättest du mich jetzt schütten können, richtig ja ey da hatte ich ja nochmal Glück dass du Unglück hattest das ist echt fies ey das ist so schwul du hast eh anrufen ne diesmal nicht meine Fräulein wir überziehen schon so also im Prinzip sagen wir mal du hättest gewonnen wenn es nicht so gebackt hätte gerade eben ja scheiß Bugs ey Passiert mein Gott Report in Matic 1988 poor ähm cross-cheating ja genau, genau, genau so Leute, dann war's das ich hoffe euch hat's trotzdem gefallen auch wenn ich einfach mal äh gewonnen habe leider ich hab wieder gelackt ey gelackt aber ansonsten man duelliert sich so nochmal und wir sehen uns dann auch bestimmt nochmal bei anderen Duellen liebe Leute ihr könnt mich gerne herausfordern mein Battle Tag ist unten in der Videobeschreibung unter anderem auch der Link zu den Playlisten und alles mögliche an Beschreibungen also Leute wir sehen uns auf dann auf weiter Wiedersehen schüssig ausgeben blablablablablabla ha 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 ha